Hallo wieder zu 200 Jahre danach und ja, ich gehe jetzt wieder rein in die Fertigungsanlage um wieder Kram einzusammeln. So, habe ich eigentlich Dockmeter ausgepackt? Wann taa? Ok Stopp mit Handel Habe jetzt viel zu viel drin Okay, doch, ich kann nichts mehr tragen, den haben wir vergessen Auszupacken Nicht drei So Danke Dann lass uns wieder Mal nach Hause reisen So Warum kann ich da nicht Nähereißen Gehen wir mal raus Aber klappt noch Einmal müssen wir Hinreisen Bekommen So Machen wir uns mal eben leer Machen wir doch nicht leer Und dann gehen wir mal Reisen wir wieder zurück nach Der Fertigungsanlage Transfer So So Buh-Buh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wo war denn der Turbo-Fan da? Soooo Okay nochmal zur Anlage Das letzte Zeug da holen und dann laufen wir wieder zurück Ich fühl es warm So, jo dann Ich glaube ich gucke mal ob ich da oben noch was machen kann Hä? Ups Spürst du das? Das nennt man Angst Äh Nur Angst habe ich nicht, tut mir leid Das tut mich noch wirklich voll machen, ja Ups und dann so oh ich bin verdoppelt so far wie sein dürfte oh 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 ich kann nichts mehr tragen wissen wir doch noch mal noch einmal Verbindungsstange Verbandschere Lunchbox Vakuumröhre Armaken Vakuumröhre und Wasser okay nochmal zurück nach Ja, dann ist das eine Transportfolge Wenn ich wüsste, wie man zu dir kommt Aber das werde ich auch noch Dass Feinde in der Nähe sind Speichern So Hier kann ich aber reißen Jeder Bekäler Kranzer Das Klappel Überstand Oder doch von oben Macht mehr Sinn Ein Moment Aufgepasst Das Klappel Das Klappel Das Klappel Das Klappel Untertitelung des ZDF, 2020 So Sooo Ah, kein Glück Ja, du breit Ich rauf uns hier, kann ein Spachtel Sam, Büchte Sam, Pasta Spachtel, Spachtel So Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen So, Inventar Flussmitte So Abmarsch wieder So, Fertigungsanlage Aha Miss Nanny Ist, äh Der weibliche Cosworth So No Ich Was? Kannst du das Ja Kau Tief Seine Tief Das Seine So, wo haben wir den? Ach, jetzt habe ich die Pistone weg Ok, was soll der Scheiß? Wer ist da? Da ist nichts mehr Ich denke, das wird ein gutes Zukunft sein Ok, das ist nicht okay Ok, das ist nicht okay Hier waren wir ja auch schon Ach, da oben Da bin ich noch nie durchgegangen Er hat die speichern sollen Jetzt habe ich auch keine Intro Pistone mehr Noch das Gewehr Ich werde dich finden Ich halte dir deine Rücken frei Ich halte dir deine Rücken frei Ich halte dir deine Rücken frei Obf Ok War wirklich keine gute Idee Die Tachen Die 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 Let's go! Let's go! Oh, Mist! Okay! Von der Taktik her war's so... Oh, Mist! We're not high! You've got to run! You've got to run! He's gone! He's next! He's next! Ha-ha-ha, I thought I'm first hit and wind! Okay, bevor ich da weiter rumase, sage ich lieber Tschüss, bis zum nächsten Mal, dann versuche ich da durchzukommen Bis dann